die verlassen können da gehen wir mal knapp zwei Jahrzehnte zurück und da sehen wir Manuel Neuer in Westerholt ganz links der mit dem Teddy mit dem Schalke Teddy aber damals schon im Tor von diesem Sturm hat man übrigens nie wieder was gehört so und jetzt Gegentor da kommt der erste Tröster kann nicht richtig trösten da möchte einer nicht mehr weiter man muss noch einer trösten und wen hat er im Tor vergessen in Schalke Teddy brav brav brav